Hallo, ich bin Norman Wenski von Offensichtlich hier im Augenoptiker und das ist mein Team, das mich heute nass machen wird. Ich nehme die Ice Bucket Challenge an und will damit Aufmerksamkeit schaffen für die ALS. Viel Spaß! Drei, Zwei, Eins! Ich nominiere Lars Müller von Carl Zeitz, Sarah Settgast von Framers und Thomas Mischer von Weitert & Wehr. Lisa Settgast von Framers